Was ist denn das? Happy Slice? Was macht das? Oh, Anja! So, jetzt gucke ich schon mal, wie viele Murmeln ich habe, damit ich uns einen Dingspunks herstellen kann. Also ich glaube, die Italiener können besser Pizza. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Aber wenn das das Lieblingsessen ist, dann will man das natürlich auch machen. Guck mal, der Poldi, der hat ja auch seine eigene Dönerie aufgemacht. Und es läuft sehr gut, ne? So, was brauchen wir jetzt für den Umhang? Gucken wir mal. 20 Federn und 10 Schuppenhaut. 20 Federn. Ja, Alexander macht das. Ah ja, um die Uhrzeit ist es dann schon kühl. Ich habe gestern auch mit Decke da gesessen. Habe auch mal einen Laptop rausgeholt. Noch ein bisschen Serien geguckt. Ach, hör auf, Paddel. Ach, lol. Na, siehst du? So. Was kann das dann? Ich kann mich doch auch noch mal verbissen. Jetzt kann ich fliegen. Jetzt kann ich fliegen. I believe I can fly. Ja, kein Fallschaden mehr, gell? Oh, das ist so toll. Ach so, ich habe die Qualitätsstufe nicht, ne? Ach so. Ja, 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 ja. Ich habe es gerade gesehen. Oh, warte mal, das ist so laut, ich höre dich nicht. Ja, bitte was? Kannst du mir bitte auch einen machen, oder reicht es dafür nicht? Doch, doch, ich habe die auch einen gemacht. Ah, super. Ja. Nur ich wollte den auch gleich verbessern und das ging aber nicht mehr. Ah. Weil uns fehlt ein Teil. Was fehlt uns denn? Äh, weiß ich nicht, ein Zubehörteil für die Werkbank, damit wir, äh... Ah, so ein Upfärte-Ding. Ja, Upfärte-Geschichte-Ding, ja. Warte, 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 warte. Uh. Jetzt können wir fliegen. So, das kann ich nicht fliegen. Aha, aha. Aber lieber can fly. Aber wir haben jetzt halt drei weniger Rüstung, ne? Ja, aber drei. Ja. So, dann kommt es allerdings gleich in die Kiste rein. Das geht ja gerade noch. Ja. Warte. Boah, wie toll. Ja, Upfuss-Dach, genau. Ja, jetzt müssen wir jetzt mal fest auf die Sack und die Niedelfine, ne? Ich darf gar nicht, ich darf gar nicht in den Finister gucken, was du da schon wieder alles reingeschmissen hast. Warum? Das brauchen wir alles. Gewinn und Wessner, Stammtisch. Was brauchen wir denn, die ganze Dinger brauchen wir? Die, die, die... Hammer. Guck mal. Also, was wir nicht mehr brauchen, ist, glaube ich, das Trollleder. Aber der, ähm, der, ähm, gut hart, ist klar. Der hat nur eins. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, das habe ich nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob wir noch die Knochen brauchen. Ja, Knochen brauchen, aber wir haben... Erbsensuppe unwascht. Erbsensuppe unwascht. Ich gehe mal hier hoch, auf unseren höchsten Punkt. Kinder, macht das nicht nach. Wer hat die Hose verloren? Anja, wunderbar. Ja, ganz kurz. Also, hat das Ding wirklich eine Funktion? Also, ich habe jetzt halt gedacht, man, man hüpft irgendwo runter und dann wirklich halt das W für nach vorne und dann schwebe ich halt da so ohne. Aber, hat das noch eine andere Funktion? Oder? Ich bin geschwebt. Ich habe geschweb, geschwebelt, tutelt. Wird es geschwebt worden sein? Ja. Brauche ich nur mehr ausdauern, dann geht's rins. Man muss sehr hoch stehen, damit es auch so richtig funktioniert. Okay. Okay. Dann brauchen wir, wie gesagt, eine Mine für Weichgewebe und Harz. Ja, ich habe ein Boot, habe ich auf der Hand. Und dann könnten wir eigentlich jetzt Portal 6 nehmen. Okay. Da wollen wir jetzt nochmal schnell hinlegen und einen Waff holen. Und dann... Oh, warte mal. Ich brauche... Die Hühner pflanzen sich nicht fort, weil die Kohle leer ist. Oh, ja. Wenn du Silber farmst und runter zum Boot willst, auch echt geil. Oh, ja. Ja, cool. Geh mal kurz um die Ecke. Ich bin gleich wieder ab. Ja. Die, 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 die. Die, 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 die. So, dann gucken wir mal. Die, 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 die. Jetzt könnt ihr euch wieder vermehren, meine Kinder. Hört sich auch komisch an. So, dann kann ich das ja wieder wegpacken, weil da ist jetzt schon lange nichts mehr gelaufen. Und dann hole ich noch mal Harz. Während der Frank weg ist. Ja, das Futter lag für die, für die Hühner da. Ja, der hat noch Futter gehabt. Hä, wo bin ich denn jetzt? Huch! Hä, wieso bin ich denn jetzt hier? Wie tut es halt so ein paar Tage laufen? Ja, ja, aber die, die hatten da noch was. Die hatten doch noch was liegen. Hä? Ach, ich bin doch bekloppt. Ich bin, wo geht das falsche Portagelaugen? So, zack. Die, 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 die. Erbsensuppe und Wurst. Ah, hier ist auch schlecht, das wäre der Guck. Hier ist auch schlecht, das wäre der Guck. Werde ich irgendwann in die Nebellande gehen und keine Angst mehr haben? Kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen. Da ist schon wieder so ein Drum-Ding. Ich höre es. Hört diese auch? Ach so, deswegen, ja. Ich habe nur gesehen, da liegt was. Deswegen habe ich das jetzt mal nicht dahin gelegt. Ach so, deswegen, ja. Ich habe nur gesehen, da liegt was. Quill-Kartoffel und Dup-Dup. Alter, das Lied habe ich aber auch schon echt ewig nicht mehr gesungen. Oh nein! Mama! 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 Uuuuh! Ich will noch nicht sterben. War nun Sura! Oh, echt krass Paddel. Also du kommst quasi in dem Biom nie ins Endgame oder was? Du machst mir Hoffnung. Angst wird man immer haben. Was sind denn Sterneviecher? Oh, ich hab Angst. Sag mal, machst du mir mein Geld? Komm, guck du kleiner Wisch. Oh ne, jetzt kommt der nächste. Jetzt wollen sie es aber wissen. Die Suchersoldaten sind die krassesten, gell? Ja. Wie hab ich das Endgame vermisst? Wieder am Lande. Ja man. Wo springst du rum? Ich hab versucht Harz zu holen und wollte bei der Gelegenheit ernten, aber ich werd alles aufgehalten. Kommt alles wieder so Missgaben. Es ist voll verwirrend jetzt mit diesem Anzug. Jetzt bin ich so gewohnt, wenn ich bei uns hier irgendwie vom Dach runter springe, dass ich dann gleich vor der Tür lande oder mich einfach nur noch umfinde. Jetzt dauert es Stunden, bis man am Boden ankommt. Das ist dann 10 Meter weiter, du. Beschwer dich doch, dann sieh dich doch aus. Geh doch zu Netto. Ich hab übrigens, ähm, wieder Zwiebelsuppen gemacht. Ähm, als du Zwiebeln irgendwie grad erntest, bräuchte die dringend, weil ich hab fast alle verkocht. Für Salate und für Suppen. Mhm. Ich hoffe, dass du die dafür hattest, weil ansonsten sind wir halt ein 50er ist, der kann man noch nicht machen. Ja, du musst halt immer gucken, dass wir auch noch, ähm, Samen haben, ne? Wie, Samen? Für was? Ne, damit wir wieder neu herstellen können, ja. Ja, das überlasse ich dir. Samen ist deine Baustelle. Weil wenn wir nichts mehr haben, dann, äh, können wir keine Karotten mehr herstellen. Du hast, du hast, ja, ich nehme ja aus deiner, aus deiner, aus deiner Samenkiste nämlich ja nix raus ans Fiebeln. Ach so. Ich nehme ja nur hinten aus den, aus den, aus den, äh, Küchen. Ach so. Okay. Nee, ja, ey, komm, hallo. Ja. Dann ist ja gut. Geh doch nicht an deine Bette. Ja, Matze, wie gesagt, ich drück dir ganz, ganz doll die Daumen, gell? Ganz, ganz doll, du schaffst das. Schakka. Und schlaf schnell und gut. Alle Daumen, die ich hab. Oh. Oh, mich hat gestern, oh, ich haben Mücken gestochen oder was auch immer das war. Und genau in die Kniekehle. Oh. Oh, ich bin so Mückenempfindlich, ich hab das richtige Blut, weißt? Ja, ich bin das, ja. Ich auch. Weil ich das Fell brauche für, ähm, für meine Werkbank. Deswegen hab ich die jetzt behalten. Ich koche ja noch nix mit, äh, Fleisch. Okay, wenn du jetzt grad eben bist, noch beschäftigt bist, ich würd mal ein bisschen, oh, sorry, ein bisschen Holz hacken, weil wir brauchen, äh, Kohle. Okay, dann mach das jetzt noch, ja. Ja? Mach mal den Tag jetzt, der ist ja grad erst angefangen, wir machen mal den Tag jetzt noch ein bisschen... Ei, ei, ei. Ei, ei, ei? Wir kümmern uns so ein bisschen um, um unsere Not hier. Dann kann ich ja mal gucken, was ich uns noch kredenzen kann, oder? Ein blaues Pilzefeld hab ich nicht, ne. Weil ich mir dachte, ich will ja eigentlich gar nicht zaubern. Und am Ende brauch ich's doch, gell? Nee, Paddel, äh, den zweiten Harz, Harz-Extrahierer, den hab ich, dafür hab ich mich dann doch umentschieden. Das ist mir zu viel Hin und He, weißt du? Gerstenwein. Hm. Ah, ich hab nicht schweiß. Ich muss ja ein Brot haben. Hm. Das ist gut. Brot. Hm. Pesch. Das Hohn hab ich immer gekocht, ne. Hohn. So. So. Oh, ungekochte. Ah, stimmt, das habe ich ja auch noch. Ah, das ist bestimmt geil, diese Fleischplatte. Das ist der Nebelhase. Dafür brauche ich aber Karotten. Ach genau, Karotten. Suchersülze. Die ist bestimmt abhängig. Ja, aber die ist zum Zauberen da. Uh, das ist auch zum Zauberen da. Honig brauche ich noch. Fronja ist geerntet. Ich muss es mal wieder gucken. Dann müssen wir eigentlich wieder voll sein, die hier. Hm. Die in den Döcker. Honig, mein Freund. Was hin und her ist doch schön, oder nicht? Na ja, kommt drauf an. Wir wehen, gell? Der Schutzstab ist ein Muss. Oh, ich würde auch so gerne nochmal Spargel essen. Ich muss mal gucken, dass ich mir morgen noch mal was hole. Ist ja vorbei jetzt, ne? Echt ist jetzt? Echt ist schon wirklich vorbei? Vorbei ist es noch nicht, aber die ausladen werden zumindest bei uns hier in der Äquipina. Oh. Da ist schon mal mehr. Weil in Südtirol gab es gar keinen Spargel, komischerweise. Obwohl, seitdem ich das letzte Mal mal dort war, ich war mal auf der Spargelzeit dort. Und die stellen das aber, die machen ja nicht diese Soße Hollandaise dazu, sondern die Bozener-Sauce. Und das ist ja dann so ne, so ne Ei-Joghurt-Masse. Also sowas Leichteres, ne? Und seitdem ich das mal dort gegessen habe, es hat mir so gut geschmeckt. Als Butter nehmen die dann Joghurt oder wie? Bitte? Als Butter nehmen die dann Joghurt oder wie? Für die Hollandaise? Ja, also du... Oh, wir haben Angriff! Angriff, Angriff! Fauliger Geruch! Weiß ich nicht. Bei mir nicht. Ein fauliger Geruch bei mir. Was kommt denn da jetzt? Ist du weit weg oder was? Oh, ne, die Plops. Okay, vielleicht bin ich da. Ja. Ich ignoriere dich jetzt einfach erst mal. Und seitdem mache ich das auch immer so. Am 20. ist die Kubai. Okay, dann habe ich noch ein paar Tage. Jetzt ist auch Pilzzeit. Oh! So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass die mir nicht die Rübe hier reinhauen. Ich müsste kurz mal... Hier sind die Quellen-Blobs mehr. Was sind denn die normalen? Dass die mich jetzt töten. Ja, die sind bei uns. Ich bin ja draußen vor unserer Basis rum und da ist nix. Warum höre ich so? Ah, jetzt bin ich runtergefallen. Ist nix. Kommt die von hinten oder was? Oh, die sind schon durch! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ja, das wusste ich nämlich. Oh, bitte nicht. Wo, 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 wo? Zerstör uns bitte nicht. Wo denn? Wo denn? Wo denn wo? Okay, den einen habe ich jetzt gemacht. Küche. Ah, da ist noch einer. Küche, Küche, Küche. Ah, ich war zu lange in der Küche. Hinten ist ein ganz großer! Hinten Boot, Boot! Die machen uns nämlich alles kaputt. Zwei ganz große übrigens. Nee, da kommt auch Öl rein, aber da kommt auch Joghurt rein, Anja. Und, ähm, Kräuter eigentlich auch nicht, sondern nur, dann kennst du ne andere Brunste. Ähm, Dings, wie heißt's denn? Ja, hier. Ja, was ist denn mit dir? So, was liegt denn hier? Federn. Also, ich bin gerade verpeilt. Also, wenn ich voll bin, bin ich immer verpeilt. Äh, Schnittlauch meine ich, Anja. Ich bräuchte mal so eine Gruschelkiste, falls was ist, dass ich mich weggruscheln kann, weil so bin ich jetzt völlig gelost und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Hast du den jetzt? Ich hab die beide platt gemacht. Jetzt hier ja die beiden großen ziehen und so einen kleiner. Die sind draufplatt. Die machen uns ja nichts mehr. Nee. Mal wie, mal gute. Na, alles klar. Ich hab nur Angst, dass die uns zerstören, weißt du? Irgendwas. Und dann müssen wir wieder bauen. Und du weißt ja, i bauen. Na, Alex, uns geht's gut, wie geht's dir? Äh, was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, hab ich schon beantwortet, ja. Ah, den Zuckerschnecken geht's gut. Im Originalrezept, auch aus dem Südtiroler Kochbuch, werden Eier gekocht, eine Mayo aus Ei und Öl hochgezogen, Salz, Pfeffer, Petersilie und Schnittlauch. Ach ja, lol. Also ich kenn das so, dass du Eier kochst, dann trennst du die, dann machst du zuerst nur das Eiweiß, zerkleinerst das, tust das in ne Schüssel, dann tust du das Eigelb rein, mit Öl, mit Joghurt oder Quark. Ist ja auch egal, irgendwas Weißes. Lass mal sich sehen, ne? Irgendwas Weißes, ne? Also Milch natürlich, ne? Salz, Pfeffer, dann dazu. Und dann kommt ein bisschen Schnittlauch noch mal. Ja, 22 Uhr. Ist ja 22 Uhr jetzt. Hatte ich das Wahlandfieber wiedergepackt? Mh, nö. Also wir spielen das ja heute zum 44. Mal, heute schon der 44. Walheim-Stream, Frank. Sag das nicht so laut, ey. Es ist unser 30. Unter-30. Daher weißt du, wie lange wir schon kein Seven Days mehr gestreamt haben. Oh, es ist 22 Uhr. Es ist 22 Uhr. Weißwein-Essig? Ne? Ach, lol. Ich war bald wegen Vollucker. Gebt ja niemals zu viel Alkohol. Wie geht's denn dir, Alex? Ich hab nämlich gesehen, du hast richtig schön auch den Sommer genossen. schon. Auf der Terrasse. Mit der Antje. Kann das sein? Anche, bitte. Anche. Anche? Gib mir Schwester jetzt. Wir sagen, haben wir früher immer Anche. Also. Könnte das TJ nicht sprechen. Also. Anche. Anche. Das könnten wir auf hälsisch auch sagen, ne? Anche. Das ist die Anche, du, ne? Das ist die Anche. Die Anche. Am Darth Vader, ja, das hab ich ja auch gesehen, dass du das machst. Am Darth Vader. Oh mein Gott, hast du den, Alex, hast du den Trailer gesehen? Wie heißt das neue Star Wars Game irgendwie? Da gibt's heute Abend auch irgendwie einen neuen Trailer von dem Star Wars Game. Ja, das hab ich auch gesehen. Alter, also ich bin ja wirklich nicht jetzt so der Star Wars Fan irgendwie, ne? Aber. Ich glaub, ich werd mir das Ding holen. Das sieht ja so geil aus. Ja, so geil. Oh. Hat mich. Oh. Ja, ja. Oh. 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 Outlaws, genau. Outlaws, ja. Mega. Aber werd ich ne neue Grafikkarte für brauchen, weil mit der TV krieg ich das nicht mehr. Ja, du brauchst sowieso ne neue Grafikkarte. Ja. Um mit mir Dead Island noch zu zocken. Ja, dann. Genau. Musst du dir nicht ne neue kaufen und kannst mir denn deine alte geben? Ja. Aber nicht was? Ich hab auch mit einigen. Ich hab momentan, Alter, ich hab momentan echt keine Kohle. Ich kann ja nicht irgendwie. Ich hab mich kurz mit jemandem unterhalten. Da ging's auch um Grafikkarten. Und dann sagt er so, ja, welche Grafikkarte hast du denn? Und dann meinte ich so, ja, die 3070. Und dann sagt er so, ja, er will jetzt auch sich ne bessere kaufen. Und dann muss doch die Vierer-Serie dann gehen, ne? Ja. Und dann sagt er hier so, ja, die 4060 Ti, die gibt's ja schon für unter 1.000 Euro. Und dann ich so, was? Ja, Leute. Also ich bin jetzt grad so, weil mir das der Kumpel hier, der Marc, glaube ich, hat mir das auch so, die 6.860, weil ich bin ja so ein AMD-Freund auch. Und die liegt momentan bei 550 Euro, die 16-Gigabyte-Version von der 6.800 XT. Und die ist, glaube ich, noch ganz gut. Ob sie für Star Wars, ich denke mal, ob die wird noch für Star Wars reichen. Und da bin ich jetzt grad so am überlegen, irgendwie da vielleicht mal die nächsten Monat, vielleicht schenke ich mir die zu Weihnachten oder dann kostet es vielleicht nur noch 450. Und dann ist das auch schon was ähnlich Gutes. Aber ich gebe nicht mehr, nicht mehr, mehr 600 Euro von der Kaffee-Karte aus. Man müsste halt mal die Vierer-Serie miteinander vergleichen, was der Unterschied ist zwischen 4060 und der 4080 und der 4090. Da gibt's ja die ganzen Benchmarks. Ja, ja, genau. Müssten wir halt mal machen. Ich habe halt gesehen, es sind halt viele Streamer, die sich jetzt die 4090 gegönnt haben. Die muss anscheinend, wenn das so viele machen, also entweder wollen sie wirklich High-End vom High-End haben oder die muss halt wirklich, wirklich gut sein. Ja, also mit der 40er-Serie habe ich mich noch gar nicht beschäftigt jetzt von... Alex. Also ist mir auf jeden Fall zu teuer. Oh je. Ja, dann musst du mir mal das Rezept schicken, Anja. Die habe ich aus dem Internet, das Rezept, da steht Bozen-Essauce. Und genau so wie die Soße, die ich mache, habe ich sie auch in Bozen selbst schon gegessen. Ich habe da keine Eier-Öl-Soße gegessen. Ich war in einem, in einem richtigen, urigen Südtiroler Lokal in Bozen gewesen damals und da habe ich das genauso gegessen. Stimmt, Senf kommt auch noch rein. Ja. Gut, und statt Mayonnaise, das ist ja auch weiß, statt Mayonnaise habe ich halt ein Rezept mit Joghurt. Marc schreibt mir gerade, die 4090 liegt noch jenseits von 1500 Euro. Ja, ja. Die kostet, die kostet direkt bei denen noch 2000. Also what the, what the, weißt du? What the fuck? Ja, die haben doch alle in Duppe. In Duppe, genau. Gut ist es schon, frisst aber auch entsprechenden Strom viel zu teuer für die meisten Spiele. Oh, weck hier, ja, mal lieber. Ich glaube auch. Weiß ich nicht. Wie gesagt, man müsste es mal vergleichen. Ja, ja, genau, Dushimayo, genau. Ich habe eine 3080, die reicht noch ewig, ja. Naja, obwohl, meine Grafikkarte war jetzt, obwohl, war das jetzt die Grafikkarte, die bei mir im Endgame war bei The Last of Us? Ich kann The Last of Us nicht auf Ultra zocken, ne? Ne, das war. Was? Das war RAM? Ja, das war genau, das war die, das war die, ähm, das war die Grafikkarten-RAM. Kann ich nie auf Ultra zocken. Was? Ja. Die 3070 hat die 16 Gigabyte oder was? Und das ging nicht. Ja, war, konnte ich nicht auf Ultra zocken. War auf Anschlag. Kranke Welt, ey, kranke Welt. Aber nur, wenn du nebenbei streamst, oder auch so? Ne, ne, das ist, ich habe ja, ich habe ja zwei separate PCs. Ja, ja, achso, ja, okay, ja. Ja. Ja, ja, zieh die Farbe. Trotzdem krass. Ja. Hol dir eine 4070, wenn du die eine neue willst, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und reicht fürs Streamen noch lange aus. Ja, ich brauche dann eine fürs, ich brauche eine fürs Gaming, ne? Also ich habe ja zwei, zwei, also ein Duo-PC-Setup-Maviba und ich brauche nur eine zum, zum Gamen. Wo liegt denn, wo liegt denn die 40, 70 momentan preislich? Lass doch was, frisst viel CPU und Grafikspeicher, ja. Ich habe angeblich noch 28 Grad, sagt mir mein PC draußen. Glaube ich aber nicht. Bei 600, 700 Euro. Oh, oh, das ist gut. Frank. Das ist gut. 40, 70, ja. Da muss ich mal mit dem Chef reden. Geh mal, geh mal, komm, geh mal, geh mal, geh mal, geh mal, komm, geh mal ein bisschen mehr Kohle. Ja, ja, gut, ich habe ja eh schon gesagt, ich werde nächstes Jahr kein, kein drei Wochen Kosraika-Urlaub machen. Und dann muss ich jetzt mal ein paar Monate ein bisschen Kohle zurücklegen und dann kann ich mir die, dann zu Weihnachten, mal wieder eine Grafikkarte gönnen. Ich meine, die Eid ist jetzt meine. Wann haben wir uns angefangen, über das Streaming zu unterhalten? 2018. Ja, ich glaube, 2018 oder 2019 habe ich mir meine geholt. Also meine... Ich habe übrigens noch eine 1070 Ti, nur mal so. Wenn mein Computer jetzt drei Jahre alt ist schon. Guck mal, kannst du dir das vorstellen, dass wir vor drei Jahren die PCs zusammen gebastelt haben? Das ist schon wieder drei Jahre her. Ja, krass, ne? Ist das nicht krass? Ach, den kenne ich schon auch noch nicht, Grauer Wolf. Ich habe auch gelesen, du hast den neuen Avatar gesehen. Ja, der ist auch nicht schlecht, gell? Den mag ich, finde ich auch sehr gut. Oh, Grauer Wolf, nice, schöner Film. Und jetzt ja mit der Präsentation von der komischen Apple-Brille da, ne? Die Parallelen sind langsam erkennbar, ne? Echt jetzt? Ich bin jetzt vorgezeichnet, ja. Okay. Nee, habe ich leider nicht geguckt. Ja gut, da will ich nicht spoilern, aber geht auch so ein bisschen in Richtung virtuelle Welten. Ja. Und auch Abhängigkeit der Bevölkerung und sowas alles. Ja, ja. Und Apple macht da ja gerade einen schönen, schönen Schritt. Ich finde es mega geil, die Entwicklung, aber da müssen wir natürlich aufpassen, ne? Ja. So als Gesellschaft, dass man da irgendwie dann doch... Ja, vor allem, Alexander, die PC-Technik rennt, es rennt, es rennt alles extrem. Und das macht uns, glaube ich, auch ganz schön fertig. Also du musst echt aufpassen, weil ich merke das ja auch selber, ich würde so gerne viel, viel mehr, viel mehr spielen auch mit euch. Und es kommen einfach zu viele Spiele raus und die Technik und alles. Und du kommst nicht mehr hinterher, außer du hängst wirklich nur noch dran. Und das ist halt mit diesem, mit diesem, ja, du musst, also du kannst ja nicht immer, immer nur eine Sache machen. Und so geht es aber nicht nur uns, die halt PC-affin sind oder gerne zocken, sondern das ist, glaube ich, auch in vielen anderen Bereichen so. Und das rennt alles so dermaßen krass, dass du entweder Abstriche machen musst und auch einfach sagen musst, wisst ihr was, wenn ich nicht hinterherkomme, ist es halt so. Oder du machst dich halt fertig. Und du musst halt echt aufpassen, dass du dich nicht fertig machst, weil ich bin auch so ein Mensch, ich bin, also wenn ich merke, ich kriege das nicht gebacken, dann ärgere ich mich auch, weil es ist so, also in meinem Kopf ist es so, dass ich auf meinem Schreibtisch Spiele liegen habe und die müssen gespielt werden. Und mein Schreibtisch ist langsam, da geht ein Stapel hoch, da geht ein Stapel hoch, da geht ein Stapel hoch, da geht ein Stapel hoch. Und stellt euch mal so einen Schreibtisch vor, ihr habt diese Arbeit in dem Sinne, also ihr wollt es halt, ihr wollt es halt spielen, ihr wollt es abarbeiten, aber ihr kommt nicht mehr hinterher. Das ist wie ein Albtraum. Und man muss sich halt davon befreien, dass es halt einfach nicht geht. Und das wird ja immer schlimmer. Und ich glaube, das macht auch einen fertig. Und deswegen, also ich mache mir da auch innerlich Stress und muss dann ab und zu sagen, wenn es nicht geht, dann geht es halt auch einfach nicht. Ich würde auch Dead Island 2 weiterzocken. Ich habe mir jetzt für diese Woche festgesetzt, dass ich endlich mal The Last of Us fertig zocke. Wie lange sage ich schon zu euch, ich würde gerne eine Demo-Week machen. Ich habe so viele Spiele offen, aber das muss, man muss einfach dann sagen, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Und was halt schade ist, weil, wie gesagt, ich bin ja auch so ein Monk und ich würde gerne. Aber das geht ja auch nicht, dass ich 24 Stunden lang am PC hocke. Es geht nicht. Das ist eine Frage des Wollens. Also jetzt mal langsam. Man muss ja auch ab und zu mal eine Pause machen. Ja, muss halt. Aber wie gesagt, die Technik rast. Und man darf sich halt nicht fertig machen. Es ist klar, dass du vielleicht jetzt nicht mehr alles, alles, weiß ich nicht, machen kannst. Und ja, du weißt, was ich meine. Was, mein Handy ist auch veraltet. Früher kann teilweise die Meldung, die Software ist veraltet. Ja, ja, ja. Dann wird auch gar kein Update mehr gemacht, Alexander. Ach, der Paddler hat auch die Hose fallen lassen. Wunderbar. Was die ganzen Summonen sind, treiben die Entwicklung noch weiter vorne. Alles muss immer schneller, weiter höher gehen. Echt ätzend. Ja, es ist halt. Und dann muss man halt echt sagen, es gibt halt Menschen, die, oder man macht, wie gesagt, man macht sich ja selber den Stress und dass dann Leute in Depressionen verfallen und in einem, wie sagt man denn, wie heißt das andere Wort? Also, wenn man fix und fettig ist von der Arbeit. Burn out. Burn out. Und fettig ist fix und fettig von der Arbeit. So, weißt du? Und dann fragen mich Leute ja, warum hast du denn den Burnout? Du gehst doch noch in die Schule. Oder du hast doch voll den relaxten, keine Ahnung was Job, ne? Aber das ist das. Das ist dieses schnell, 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 schnell. Und einfach mal dann zu sagen, so, um, ist halt schwierig, ne? Ja, einfach mal so zwei Wochen Urlaub fahren, ne? Richtig, ja. Ich hab die 30, 70 mal wieder, ja. Oder meinst du den Frank? Ja, die 10, 80 hat er gerade gesagt. Nee, die 10, 70 TU Kerberos. Ganz wichtig. Eins nach dem anderen, die hauen aber auch nicht so viel raus aus Anspielung. Ja, okay. Und Jens und Grauer Wolf gibt's jetzt. Das ist eine 6 GB Grafikkarte, die ich hab. Und die ist am Kochen bei Wahlheim. Ich wollte gerade schimpfen, ich zieh mich aus. Und die Chefin bekommt das nicht mehr mit. Ihr Lieben, für mich ist heute Schluss. Jetzt die ganze Woche mal wieder als Notdienst in der Kanzlei. Das ist aber noch ganz viel Spaß. Dankeschön, Anni, und bis morgen. Oder wenn ich teilweise bei neuen Spielen bei Steam schaue, die Systemvoraussetzungen werden auch immer höher, ja. Ja, ja. Du sagst ja immer wieder so zum Thema Systemvoraussetzungen, wo ich hab wirklich dann auch, wie so am Kopf lange, ich hab 2012 oder 2013 oder 2014, ich weiß nicht mehr wann, irgendwann, auf jeden Fall in den frühen 2010er Jahren, kam ein Spiel raus, das hieß Star Citizen von Chris Roberts. So, das war damals ... Es wird immer noch gespielt. Ja, 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 das ist immer noch nicht fertig halt. Das ist immer noch eine Entwicklung. So, und da hab ich mir halt damals irgendwie so Raumschiffe gekauft und irgendwie, da weiß ich was, 200, 300 Euro versenkt in dem Spiel, für die Raumschiffe und gedöhnt. Weil ich halt überzeugt war von dem Projekt und von dem Spiel und es ist halt einzig weitergegangen, einzig weitergegangen. Und dann kamen so die ersten Aktualisierungen raus und so ab 2018, 2019 hatte ich mir dennoch mal eine Grafikkarte, damals für dieses Spiel gekauft. Und selbst die Grafikkarte hat das dann schon nicht mehr geschafft. Und jetzt ist es halt nochmal weitergegangen mit der Weiterentwicklung und brauchst halt da jetzt wahrscheinlich auch schon so eine 40, 70 für, um das zu kloppen. Oder zumindest eine 6800 XP. Boah, krass. Und es ist halt eine fucking Alpha immer noch. Ja, also wir reden jetzt nicht von einem Spiel, was irgendwie auf dem Markt ist, sondern es ist halt einfach eine Alpha. Und dann brauchst du halt dann schon irgendwie eine 600, 700 Euro Grafikkarte, die du auch noch alle drei Jahre austauschen musst, um auf dem Stand zu bleiben. Das ist dann halt schon irgendwie eine seltsame Entwicklung. Ja. Ne, früher. Und immer neu und immer besser und immer kürzere Laufzeiten. Weißt du? Das ist ein dober Vergleich, aber der Marc hat es auch gerade geschrieben so. Ne, früher hast du dir deinen PC gekauft, da gab es dann die 4 MB, weiß ich was, Matrox irgendwas Cutte, da bist du mit deinem 21 Zoll Röhrenmonitor auf eine LAN-Party gefahren, ja. Und es war dann so das gemeinschaftliche Zocken irgendwie. Und dann war halt wieder drei, vier, fünf Wochen Ruhe bis zur nächsten LAN-Party. Und heute ist es quasi, hast du ja jeden Tag eine LAN-Party mit deinem. Ja. 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 Ach, ja. Ist das alles so gut, dass es immer alles so schnell geht? Ich weiß es nicht, da kann man wahrscheinlich drüber philosophieren. Also ich sehe ganz, ganz viele Vorteile, aber ich sehe halt auch ein paar Nachteile. Ja, aber dagegen können wir nichts machen an der Entwicklung. Nee, nee, Quatsch, gar nichts. Du kannst dich selbst disziplinieren, dass du halt dem Weg nicht folgst. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Ja, dass du dich halt nicht stressen lassen darfst. Also du musst dem Weg ja folgen, aber du darfst halt dann nicht in Stress verfallen und völlig fertig sein und versuchen, hinterherzukommen. Nee. Weil das geht halt nicht. So schnell wie die Entwicklung ist, kommen wir ja schon gar nicht mehr hinterher. Ja. Oder da haben wir zumindest den falschen Job für. Ja. Ich meine, ich habe jetzt auch ein Arbeitskolleg von mir hat jetzt auch gesagt, hier so trank, ich jetzt mein Gaming-PC, den lasse ich jetzt verstorben. Ich habe da keinen Nerv mehr zu, das Ding alle zwei Jahre aufzuwerten, wieder mit neuer Hardware. Der hört jetzt oft trocken, der holt jetzt ab und zu nochmal irgendwie eine Playstation oder irgendwas und das ist dann halt jetzt sein Ding. PC und Playstation, beides zusammen? Nee. Hm. Sag mal, kann man nicht den Harz-Extrahierer auch rausnehmen und neu umstecken? Würde ich jetzt mal hoffen, dass das geht. Und wie soll das gehen? Oder stehe ich gerade auf einen Schlauch? Warum? Also was? Kann man die Wurzel abbauen irgendwie? Kann man die Wurzel abbauen, dass er dann ungerecht bleibt als Loot? Muss ich mal einen Hammer in die Hand nehmen? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich hätte gedacht, man kann das Ding einfach wieder mit E nehmen oder so. Nee, geht nicht. Ich glaube, dafür brauche ich eine Werkbank. Und dann kann ich sie abbauen. Ach so, abbauen. Ach so, ja gut. Oder so halt. Na schade. Ich baue jetzt extra nett eine. Ja, ja. Noch mal in die. Ja. Ähm. Wir wollen eigentlich noch mal los, ja? Ja, ich, ich bin hier draußen und hacke halt Holz gerade so ein bisschen vor mich hin. Ich habe gehofft, ich kann mir noch ein bisschen Harz rausziehen. Ja, aber? Ja, ein bisschen ist es was geworden. Das können wir noch reinschmeißen. Mal gucken, was es noch geworden ist hier. Amen. Wie waren das fünf? Wie könnte man denn nochmal Bäume pflanzen? Das war nix mehr. Mit dem, mit dem Gerät, was ich immer benutze, zum Pflanzen. Brauche ich mir achten, ja. Mach ich jetzt nicht. Sprag mich jetzt nicht, wie es heißt. Die Samenkiste. So, wunderbar. Müssen wir mal gucken, wie viele Pärchen wir haben, ob wir schon wieder was herstellen können. Aber ich glaube, für uns zu zweit müssen wir noch ein bisschen rumkoschen. Ach, guck mal, hier genau 2923 Stunden. Wie viele habe ich denn jetzt? Ja, das ist zu wenig. 3000 Stunden. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig, ich habe gehört. Und wie gesagt, von dem Weichgewebe brauchen wir, brauchen wir mehr. Wir müssen jetzt in die nächste, in die nächste Miene. Ja. Also du hast ja dieses Boot dabei, ne? Ja, aktuell noch nicht, weil ich gerade ja das abgelegt hatte, um einen Karpack zu haben. Ach so. Aber ich würde es dann jetzt gleich holen. Ja, und denk dran, essen, trinken und so weiter, ne? Ja, 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 ja. Noch mal ein paar sinnlose Sachen in den Pfennig da rein. So was, wie Hirschfleisch. Fleisch? Fleisch. Weichgewebe gibt es in der Miene, ne? Ich weiß zwar nicht mehr genau, von welchem Vieh, aber... Ach nee, das sind diese Nupsis, die da wachsen, ne? Weichgewebe Nupsis. Weichgewebe Nupsis, wie in den Schädeln. Ach so, in den Schädeln. Anni, die Schädel haben wir aber immer mitgenommen, war ich nicht? Nee, nicht immer. Nährte immer, aber das tut, dass du mich an die Getränke und an das Essen erinnerst. Ich habe aber nur noch Rüstung hier stehen. Antike Rüstung, Rüstung, Rüstung. Die Schädel, die haben wir mitgenommen. Naja, wir müssen aber trotzdem ins... In die... In Dings. Ja, ja, die Schädel. Wir haben keine... Wir haben keine... Oh, wir haben keinen Ausdruck gemacht. So, erst mal buffeln. Ach, stimmt, die Schädel. Ja, buffen ist die Idee. Ach, ich dachte, das wären diese Dinger in den Minen. Rütteln. So. Und jetzt sagst du Portal 6. Wir brauchen Portal 6. Genau. Hier. Dann gucken wir mal, ob das... Ah, das Gelee ist das. Ja, 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 grauer Wolf, genau. Na, wunderbar. Jetzt stellen wir hier den Böschhof. Auf jeden Fall sind wir am Wasser. Das ist ja schon mal... Und genau gegenüber ist die Nebellande, ne? Oh. Oh, ist die Böschung. Kein Fallschaden mehr. Ich bin begeistert. Was? Ja. Na, 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 na. Das soll ja auch hier warm werden. Wenn ich allein die Aussage schon höre... Jetzt niemals das Fenster zu machen, oder? Irgendwo war das da gerade, oder? Ja. Da wird die ganze warme Luft nicht reinkommen. Nee, es soll ja auch warm werden. Jens, ich fühle dich. Ja, ich fühle dich. Keitschlaf, du träumst mir Schönes. Bis morgen. Ja, auch jetzt nicht schlafen. Oh, weißt du, was wir jetzt nicht bei haben? Ein Tor? Ein Portal. Scheiße. Fahr nochmal bitte zurück. Sorry, habe ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm dran. Grauer Wolf schreibt doch gerade. Ja, Mann. Nein, haben wir nicht. Ja. Ja, ich glaube, ich höre schon mal schneller an. Während du rückwärts einpackst, kann ich schon mal... Ja, an sowas muss man eigentlich denken. Jetzt sind dann wieder Vollprofis. Einmal mit Profis. Ich bin wieder eine Profi. Sag mal, nach dem Nebellande kommt noch ein Biom, das nennt sich irgendwas mit Verdörd. Da gibt es dann so Geier, glaube ich, auch und so, gell? Aber ich glaube, das ist dann Schluss, oder? Feuerland. Feuerland. Aschelande. Verdörden, verdörden. Aber ich glaube, das ist noch in Bearbeitung, oder ist das schon völlig fix? Ich müsste es langsam eingebunden. 20, 10, 2. Okay, das ist eh doch nicht. Und dann Ozean mit dem Riesenkraken. Nein, Paddel, nein. Niemals. Nein. Es sollen noch Aschelande, Frostland und Ocean fertiggestellt werden. Ach, nee, jetzt wirklich? Ich habe gedacht, der Paddel will mich wieder mit meinen Ängsten triggern. Oh, ich will nicht. Ich bin zu mir. Aber du kannst ja nicht tauchen in Barlein. Ich nehme nur eins mit und ich benenne mal das Notfallportal einfach um. Den müssen wir uns jetzt nur merken. Oder wir nehmen das für Nebel. Weil die fangen in den Nebel landen. Ich nehme einfach mal Nebel. Die werden verbunden und dann kommen wir zurück. Was machst du gerade? Dinge. Achso. Na, dann ist ja gut. Du müsstest du jetzt bitte nur aufschreiben, dass wir ein Portal noch rumstehen haben, was kleingeschrieben Notfall heißt. Ich nehme jetzt nämlich da in den Nebel landen, wo wir gerade und mehr... Ja, welches hast denn du jetzt dabei? Ich habe jetzt ein neues dabei und habe jetzt gerade eben das Notfallportal in der Basis unbenannt im Nebel. Und wenn wir das, was ich jetzt dabei habe, aufstellen, dann nehmen wir das Nebel und haben dann quasi in der Basis reiches Pendant. Ich habe jetzt nicht zwei gebaut, ich habe jetzt nur eins gebaut. Okay. Bist du damit d'accord? Ja, ich habe es nur zur Hälfte verstanden, aber Hauptsache du weißt es. Deswegen solltest du es ja auch schreiben, weil ich habe es bis nächste Woche vergessen. Also, ich schreibe mir einfach mal auf. Bitte netiere dir in den Nebel landen gibt es noch ein Portal, kleingeschrieben Notfall. Mehr brauchen wir nicht. Gott, habe ich ja aufgeschrieben. Sehr gut. Und dann schreibt sie jetzt noch auf Nebel mit einem großen N. Das ist nämlich der Name von dem hohen Portal. Aber in die Haie wünsche euch einen schönen Abend. Daniel, dir auch. Schlaf gut. Und schöne Woche, wenn wir uns so nicht mehr und so. Ja, ja, also ich habe auch, ich bin so zerstochen worden, auch gestern beim Wäschemachen und beim Garten. Und ich weiß nicht warum. Sind die Tigermücken jetzt auch bei uns oder was? Bestimmt. Das ist ja Klima. Ja, gell? Aber kann ich nur empfehlen, also ich habe mir, weil ich letztes Jahr an der Ostsee brutal zerstochen von Mücken und da habe ich mir so ein Elektro-Ding geholt, weißt du? Ja. Und dann quasi die mit Hitze bearbeitet, die Stiche. Ja. Es ist so geil. Es ist so geil. Also besten investierten 18 Euro meines Lebens. Ja. Also das ist der Wahnsinn. Aber es hilft halt nur, also, ja, es hilft schon beim Heilen, aber ich habe teilweise solche... Also bei mir juckt da gar nichts mehr danach. Also ich mache das Ding drauf, wenn es noch mal juckt, dann kommt es halt noch mal drauf, aber mehr als zweimal musste ich es noch nie anwenden, auch eigentlich nicht. Ja. Und das ist mega. Ja. Naja gut, ich muss jetzt schon... Das ist ins Tempo. Ich habe jetzt schon im Urlaub diese Tigermücken, weißt du? Ich habe das schon wieder Kortison drauf machen müssen. Das ist schon krass. Ja. Das ist aber vor uns ist kein Blob, oder? Oder sind vor uns die Blobs? Ich sehe gerade nichts, aber ich kann mal weiter. Ich kann mal gucken. Nicht, dass das so ein... So eine Pferdrube ist. Ja. Weil das ist ja schlecht. Hier ist nur... Hier ist nur ein Fluch. Achso. Hier ist nur ein Geweiner. Achso. So, Bötchen einpacken oder hier stehen lassen? Was nimmst du? Hä? Was nimmst du? Ich pack es mal ein, oder? Ja. Dann ist mein Inventar aber schon ganz fast voll. Achso. Ich... Pass auf, wir gehen auch nicht mal sicher. Ich stelle hier kurz ein Portal hin, bringe das Boot in die Basis, in die Kiste. Ja. Und... Lass uns doch einfach mal clever agieren, ja? Gute Idee. Ja, sehr clever streben. Mega ungeschickter. So, was habe ich gesagt? Nebel soll das Ding heißen, ne? Dann gucken wir mal, was ich mir auch gesagt habe. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, komm mal her, Bötchen. Das war ganz lieb von dir, aber du musst weiter jetzt. Und ein neunjähriges Allergischer auf Nürnberg steht, die kriegt dann einen ähnlichen Ausschlag, wo die Windpucken ähnlich sind. Sie kriegt dann starke Tropfen. Oh nein, Danny. Krass. Egal, von was er gestochen wird. Was habe ich jetzt hier alles mit? Guck mal dafür, Hirschfell, Eisennägel, aua! Blöde Biene da hier. Das Bienchen will dich. Ja, ja. Ich bin ja die geile Uschi. Na her, du geiles Bienenhüttel. Ich will dich immer dachten mit deinem geile Stachel, die ich mir hier hätte. Jetzt vollzmisch am Ende. Ja, wie immer, ne? Okay, ich glaube, ich habe alle. 18 Euro, wenn es beim Flanke juckt. Bei Bienen kriegt sie auch einen sehr stark geröteten Fleck, ja. Ich bin mir auch nicht sicher, Danny. Mein Sohn, der ist ja 10. Der hat im, ich kriege das nicht zusammen, war es Oktober? Im Oktober hat er einen anderphylaktischen Schock gehabt, wurde aber eine Woche vorher von zwei Wespen gestorren. Und ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob das vielleicht noch da irgendwie mit da zusammenhängt. Der Clip ist mega. Ein Armreif. Ah, okay. Also ich habe ein sehr gutes Mittel aus der Apotheke, Danny, wo man halt, also es ist gegen Zecken, es ist gegen Moskitos, gegen alles, was piekst und keine Ahnung, was macht. Das stinkt halt. Aber es hält wirklich ab, ne? Ja. Mega, Alexander! Geht's? Du hast aber einen weiten Weg. Du fliegst und fliegst und fliegst. Ein Hoch auf den Kontext. Ich tue das Clip. Sehr schön. Okay, also. Du bist wieder vorgerannt. Hier war ja wieder klar. Dann packe ich das Portal und die Werkbank aber auch ein und lasse mal es hier stehen. Ne, einpacken. Ja, ja, richtig, gell? Ja, schön. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich Schädel suchen gehen. Ja. Wo bist denn du? Oh, ich muss noch meine Leuchtschode hier anmachen. Ja, dann rein in die Olga. Aber immer rein in die Olga. Du hast so einen schönen Anzug an hier. Hm. Denk dran, ich muss ab und zu beschriften. Wurzeln. Wurzeln. Ich gebe dir schon mal ein bisschen geile Energie. Ja, ja. Wir müssen witzeln und springen und laufen. Okay, jetzt ist hier ein Berg. Können wir da auf jeden Fall mal runtersegeln. Wir müssen jetzt einfach auch mal auf den Berg ganz hoch. Ja. Um das einfach auch mal runter springen zu können. Genau. Genau. Das ist ein bisschen so ein Fall. Oh. Oh, nee. Das ist der Schneeberg. Jetzt müssen wir wieder runter. Warum? Wir können auf der anderen Seite runter. Meinst du nicht? Wollen wir nicht mal erstmal rüberlaufen? Achso, ja. Können wir auch. Jetzt begegnen uns halt wieder Hölfe. Ist ja eh nur... Wir wollen ja keine Angst mehr haben. Ja, es sind Steine, will ich gerne lesen. Vielleicht sagt er uns was Neues. Ein Runenstein. Mögest du, der du diese Zeilen liest, dich von den Frostwürmen in Acht nehmen, eine der ältesten Wesen, die dem Körper Imies entsprangen. Die am weitesten verbreitete Würmform ist die des Drachen, bei denen sich das kleinere Männchen um die Nachwuchs kümmert. So häufig kann man sie bei ihren felsigen Nestern auswendig machen. Na gut, das kann man ja schon. Hier ist wieder ganz viel Obsidian. Ja. Ja. Mit... Mach ich jetzt nicht mitnehmen, ne? Nee. Nee. Ist doch tatsächlich... Ja, guck mal. Direkt vor uns. Können wir jetzt eigentlich runter. Guck mal. Ich trotzdem Angst habe, hier den Berg runterzuzahlen. Ich kann doch einfach hübschen. Ich auch. Wie nennt sie das nochmal? Eishöhle, ne? Eishöhle. Brauchen wir da irgendwas draus? Nö. Gibt da neue Träume? Das ist schon richtig geil. Das ist saugeil. Ja. Na, wir sind die falsche Nebelland in Richtung gelaufen. Ja, müssen wir halt nochmal zurück. Mein Gott. Warte mal, ich muss ja kurz was essen. Das geht aus. Wenn du auf die Map guckst, siehst du das. Mal ganz kurz. Schräg unter uns ist ein Tempel. Links. Oder zumindest so ein blaues Licht. Da, guck mal hier. Siehst du das vor uns? Nee. Ah. Ja. Nee, sind wir wieder am Ausgang. Ah, okay. Ah, dann laufen wir einfach mal hier lang. Gucken, ob es hier noch was gibt. Laufen die hinterher? Ist wieder so ein Spross. Müssen wir auch bald mal wieder mitnehmen. Nicht wahr? Ja, können wir gerne machen. Ich weiß gerade nicht mehr, wofür wir ihn brauchen. Aber wenn du ihn als Mitnehmenswert noch in Erinnerung hast, dann wird das sicherlich stimmen. So. Links oder rechts? Ich bin für geradeaus. Lass uns mal hoch auf den. Ich bin für Rashed. Ich komme da gar nicht hoch. Ich bin für Schweben. Jetzt bist du angefixt. Ist schon geil, ne? Ich habe mir es ja gar nicht so getraut. Wo hatten wir das kennengelernt? Bei den Österreichern, die Wiesen die noch? Ja, Together. Ja, Together, genau. Und da habe ich es ja, glaube ich, einmal nur genutzt, als wieder von diesem komischen Berg runter sind, weil ich mich gar nicht daran gewöhnen wollte. Aber das ist jetzt schon ein bisschen geil. Oh, guck mal, das nächste blaue Licht. Oh, so ihr Lieben, es hat mich gefreut, das andere dabei zu sein. Noch viel Spaß und gute Nacht. Danny, dir auch. Schlaf geträumen, was schön ist. Und bis zum nächsten Mal. Und ganz lieben, groß an deine Kids. Sehr gut. So, warte, hier ist noch ein Wurzel. Hier ist kein Schädel. Was ist denn das? Eine antike Rüstung. Bringt uns nichts, ne? Doch, die bringt's, weiß ich gar nicht. Der Schrott, ne? Die hat irgendwie die Metallschrott gebracht, oder? Wie das hieß. Rüstung. Auch dir, Alex. Gute Nacht, schlaf gut. Ja, nacht. Wo eine Rüstung ist, kann ja ein Schädel nicht weit sein, ne? Oh, nein. Irgendwas Großes brummt hier. An alle, die jetzt gehen, ja, immer unartig bleiben, so sieht's aus. An alle, die jetzt gehen und morgen früh dabei sein wollen, nur kurz für euch zur Info. Ich hab morgen früh einen Arzttermin noch und hoffe, dass ich auch um 10 Uhr am Start bin. Falls nicht, ihr wisst Bescheid. Aber als Entschädigung gibt's Bikini-Bilder. Richtig. Keine Worte. Machst du vorgehen. Aber ich hör's hier auch irgendwie um mich rumbrumm. Das ist schon ein bisschen geil, ne? Das ist schon mehr als das. Vor allen Dingen macht jetzt auch das Design von dem Nebellanden Sinn. Ja. Muss man mal so sagen, ne? Jetzt rauschen wir hier schon wieder raus. Oh, was sind das für Nebellanden hier? Merkst du, wie schnell wir hier durch das Schweben jetzt entwickeln können? Das ist schon... Das ist schon... Mega! 22 Monate schon ein Frau zur Suchti. Oh, sehr gut schon. Dankeschön für 22 Monate. Mega! Hallo! Wie geht's dir? Hammer! Geil, oder? Lass mich die mal... Ich hab's ja eh schon bei mir. Ist das ein Schädel? Ein Stack. Das ist ein Schädel, oder? Nee. Nee. Und hallo Casuals Clay! Wie geht's dir? Gude! Ich meinte, dass du mir die, ähm... Wie heißen sie? Die Jotunbläschen, dass du mir die lässt, weil ich hab eh schon ein Stack dafür. Ah, okay, gut. Ich hab's auch nebenbei gesammelt. Wie geht's dir? Sehr gut, ja. Das müssen sie auch gleich geben. Ja. Da vorne ist noch eine. Zwei, drei. Drei. Eins, zwei, oder drei. Letzte Chance. Was steckt denn da drin? Ein antikes Schwert. Ja, also, der muss halt hier auch irgendwo ein Schädel sein, ne? Rüstung, Schwert. Ja, gell? Gleich beschweren. Da muss hier ein Schädel sein, oder? Also, zieh. Das Biom ist so klein im Nebellander. Ja. Da müssen wir uns was Neues suchen. Hier ist nix. Okay, ich hab's mir was aufs Ohr bekommen. Nix. Was hast du aufs Ohr bekommen? Nee, du, weil du gerade irgendwie so einen Dance gemacht hast. Ach so, ja. Es ist so krass eben mit dem... Ich krieg das auch noch nicht gebacken mit diesem Fallschaden, dass wir jetzt auf einmal keinen mehr haben. Auch nicht wissen, wie viele Gegner wir einfach damit überfliegen. Ja, ja. Jetzt ist auch das Biom zu Ende. Okay, das ist ein super kleines Nebelbiom, was wir hier haben, ne? Ja. Super klein. Super cool! Ich komme da nicht hin. Das heißt, wir suchen uns wieder. Wir gehen jetzt hier ans Meer, wenn das überhaupt möglich ist. Ja genau, das ist hier richtig. Wir gehen hier rüber ans Meer und suchen uns. Dann brauchen wir im Prinzip wieder ein Bootplatz, beziehungsweise wir portalisieren uns. Ja, hier. Ja. Nach Hause. Ja. Ja. Hier ist glaube ich nicht schlecht fürs Boot. Ja, ich nehme jetzt gerade noch mal ein bisschen Schwarzmetall mit. So, hier vielleicht? Ja. Und dann habe ich aufgeschrieben. Oh. Mist. Ich suche gerade. Brauchen wir Meutebären oder sowas? Ja. Immer. Okay. Okay. Aber mein Inventar ist voll. Ich glaube, auf dem Weg zum letzten Boss, der mir auch an Nebel landet, vorbeigekommen. Weil das sieht neblig aus da oben. Portablieren. Richtig, Alexander. Richtig. Hans-Jakob, vielen, vielen lieben Dank für dein Rate und herzlich willkommen! Wie geht's dir? Was hast du gezockt? Wie war dein Stream? Gude! Auch Wahlheim! Was machst du in Wahlheim? Wie weit bist du schon? Hast du eigentlich schon den Rücken... Was ist ein Rückenknarger? Was ist denn ein Rückenknarger, Paddel? Also nein. Äh, nein. Im Zweifel nein. Rückenknacker. Weiß ich aber auch nicht, was es ist. Was ist denn ein Rückenknacker? Hallo, Hans-Jakob! Na, alles klar? Wie geht's dir? Wie war dein Stream? Erzähl! Das ist die nächste Bogenstufe. Oh! Nee, wir haben noch den... Nee. Wir haben noch den... den Nubbogen aus dem Vier. Aber konnten wir den denn nicht schon bauen? Weiß es nicht. Ich glaub's schon. Ich glaub's schon. Aber die Bogen bauen, die sind. Nee, hier nicht. Wir brauchen ja die Werkbank für, ne? Die andere, die wir abgebaut haben, ne? Ja. Dann müsstest du das nochmal schnell setzen. Wir räumen derweil mal die... Nee, die können wir nicht setzen, dafür brauchen wir ja noch die restlichen... Wir können doch... Wir können doch aber das Ding abbauen, was da steht und dafür die Werkbank setzen. Ja... Nein. Das war so der Deal irgendwie. Nein. Gregory, Gude! Wie geht's dir? Nee, nee. Wir haben den anderen Deal gemacht. Ach so. Ja, nee, dann... Nee, dann... Dann will ich lieber doch nochmal ne Mine machen, damit wir wirklich alles stehen haben. Wir finden ja keine. Ja, wir haben ja eine Werkbank abgebaut, damit wir das jetzt hinstellen konnten, weißt du? Ja. Weil wir nicht genug Kerne hatten. Genau. Und ich dachte, wir hatten gesagt, wir machen das halt so, wir bauen immer das, was wir gerade brauchen, bauen wir, stellen wir den halt hin, aber... Ja. Ja. Ach so. Heute war Konin, wir haben angesagt, neue Inseln und so sind seit zwei, drei Wochen dabei, sind vor dem vierten Boss... Oh, dann rascht der aber schön durch. Ah ja. Krass. Ja gut, wir brachen ein bisschen länger. Was hast du vorhin gesagt, das ist unser 44. Stream heute, oder? Was machen wir? Vier Stunden? Immer jeden Montag vier Stunden? Ja. Ah. Scheiße. 44 mal vier sind... Ja. Vier, acht, zwölf, sechzehn... 176... Aber ganz, ganz ehrlich, das Bauen kann auch einige Zeit kosten. Das... Manchmal suchen wir stundenlang nach irgendwas, was wir gerade brauchen und finden es nicht. Das kann ich natürlich auch in Valam aufhalten. Ja. Und ich finde, es ist ganz gut, dass wir das halt mit dem Chat und gemeinsam und so, weil ich hab irgendwie auch oft eine Blockade und ich denk an sehr vieles nicht und ich hab's... Ich glaube, wir haben's auch beim ersten Mal nicht richtig gespielt. Und ich finde, jetzt sind wir richtig in so einem Flow drin. Weißt du? Ja. Gute Nacht, Wisner. Schlaf gut. Sehr schön, Cremory bei mir. Weil der Paddel sie dazu gedrängt hat, der Böse. Was ist denn ein Aberkurs? Habe ich falsch gerechnet? Und Ocean Lady, gute Nacht, bin eben schon weggedöst. Der Chicken Dance hat mich dann wieder geweckt. Oh, gute Nacht, Ocean Lady. Bis morgen. Stimmt, der Frank war nicht bei allen 44 dabei. Da hast du recht, ja. Ja. Wir sind zu siebt, aber fast alles Neulinge. Auch Tag 450 etwa. Oha. Ist es denn so, Hans Jakob, dass man... Je mehr man ist, umso schneller kommt man voran eigentlich bei Valheim nicht, gell? Naja, zumindest kannst du halt das Farm von Rohstoffen besser aufteilen. Stimmt. Das kannst du machen. Aber du musst halt auch erstmal für sieben Leute Essen machen, ne? Das ist halt auch nicht ohne, ne? Hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Ja. Überleg dir mal hier, so ein Feld jedes Mal für sieben Leute. Eieieiei. Da musst du ja wirklich dann schon... Dann hast du wirklich einen eingestellt, der immer... Der immer... ... und dann hast du noch viele Fläder. Ja. Nur Landwirtschaft. Nur kochen. Ja. Ja. Und jetzt geht's dann gar nicht. Habt ihr das gemacht bei euch? Würde mich mal interessieren. Sind das feste Rollen oder macht jeder für sich seins und versorgt sich selber? Und äh... Die Gegner sind auch stärker? Mit mehr Leuten? Hör auf! Na ja, klar. Na klar. Die werden ja auch schwächer. Also wenn du alleine spielst, sind die Gegner auch schwächer. Als wenn ich dabei bin. Fintiert sich immer. Naja, das wäre ja auch ein bisschen lame, oder? Wenn du mit sieben Leuten spielst und dann kommt so eine komische... Wie heißt das? So eine Sucherameise an. Und dann ist die halt nach... ...dreimal drauf und platt. Nee, nee. Oh krass. Wollen sie sich sein? Ach lol. Haben wir jetzt schon wieder 11 oder? Was ist denn da los hier? Oh Gott. Ja, haben wir. Aber wir sind gut vorangekommen, auch wenn wir viel gequatscht haben. Also Epo Spielzeit waren heute zwei Stunden, glaube ich. Aber dafür haben wir ein bisschen was geschafft. Ja. Wir haben gut was weg geschafft. Na ja, wir haben auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall unsere Umhänge. Das ist schon mal mega geil. Ja. Dann haben wir ein bisschen Essen gemacht. Wir haben unsere Kohle wieder hochgebracht ein bisschen. Ja. Ja. Wir haben eine neue Insel mal ein bisschen erforscht. Oh Gott. Und man muss halt wirklich sagen, also ganz ehrlich, jetzt mit dem Umhang geht das halt jetzt auch ein bisschen fixer mit dem neuen Entdecken. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Das macht mega Spaß. Das muss ich wirklich sagen. Das hat mich jetzt echt überrascht, wie schön es sein kann, in den Nebelland ein neues Gebiet zu entdecken, wenn man diesen blöden Umhang hat. Ja. Nicht zwangsläufig schneller. Farben ist natürlich schneller. Aber Essen machen und so. Ja, wir bauen aber auch extrem viel. Da geht viel Energie rein. Jeder kocht mal was, aber gerade ist der Kühlschrank ziemlich leer. Ja, 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 ja. Okay. Das ist normal. Ja, ja, ja.